und weiter geht es mit einem neuen video hier in russian fishing 4 wir haben heute den vierten vierten also geht es heute in dieser woche auf den fisch der woche den donauhering und den müssen wir mit einem speziellen gewicht fangen also ich muss hier noch ein bisschen üben und suchen denn als fisch der woche in russian fishing 4 haben wir diese woche den donauhering und zwar haben wir das ziel wir haben ein zielgewicht von 888 gramm algen bisschen tricky man muss halt so nah wie möglich oder eine punktlandung vom donauhering hinbekommen wie und wo ja ich hoffe hier an diesem spot und ich kann gleich noch ein bisschen zeigen dass man hier auch die dicken donauheringe fängt ich teste hier gerade gerade eben war noch die nacht und ich habe in der nacht schon ein bisschen rumprobiert da ist nicht wirklich viel passiert und jetzt gerade wo es hell geworden ist ist schon die kleine sardine reingegangen und jetzt hoffe ich natürlich auf einen schön saftigen donauhering ich bin komplett übertrieben mal wieder hier unterwegs vom setup her warum so übertrieben vom setup weil ich die boni gerne hätte also die boni auf der route sozusagen das plus auf die montage art und das hilft natürlich besonders große fische zu fangen bzw eben auch trophäen zu fangen und mir fehlt der fisch noch als trophy deswegen habe ich mir gedacht bohr geil alter das ist doch mal eine praktische gelegenheit genau der richtige moment um zum einen vielleicht sogar einen 888er donauhering zu fangen zum anderen einfach die trophy abzuhaken und raus damit ja das trophäengewicht liegt bei 650 gramm das heißt also irgendwo zwischen trophy und 950 super trophy wollen wir die 888 halt abhaken wird ein bisschen tricky ob ich das hier mit mit dem setup hinkriege ich weiß es noch nicht das ist ja nicht umsonst so dass ich den fisch noch nicht habe ich angele halt so selten hier am donetz und müsste mich eigentlich mal so ein bisschen hierher begeben und ein bisschen mehr rausziehen denn die gibt es noch so viele fische die ich als trophäe abhaken könnte die ja wahrscheinlich gar nicht so schwer sind zu fangen und deswegen wie gesagt dieses mal hier die chance nutzen es gibt auch noch was zu gewinnen was es zu gewinnen gibt das zeige ich jetzt so und ich schaue mir mal eben an was wir denn von russian fishing 4 bekommen wenn wir ein 888er donauhering fangen crimson star bl da ist es bl 700 okay das schmeckt doch eine bollo sehr sehr nice eine bollo route gute empfindlichkeit gutes wurfgewicht sieben meter länge 13 kilo tragfähigkeit plus zwei auf die handhabung der bollo montage also auch das wieder dieses plus auf die montage das heißt wenn ihr bollo geskillt habt könnt ihr hier nicht nur plus drei auf die skillung haben sondern sogar dann mit dieser route zusammen plus fünf um noch besser trophies ziehen zu können richtig schönes gerät ab level 24 erst zur verfügung naja gut man muss ja auch hier am donetz angeln können also schönes gerät und ich würde sagen wir gehen zurück zum spot ja ich glaube das ist doch ein ganz netter preis dafür dass man hier so einen schönen herring einfach raus zieht zack es gehen auch noch ein paar rotfedern und so dran gucken wir mal was hier das set up sagt ich gehe mal eben rein ich bin momentan noch relativ groß auch unterwegs 20er haken eintags fliege eintags fliegen larve vierer fluorocarbon schnur denn ich teste mich selbst gerade einfach erstmal ran ich habe wirklich keinen großen plan was jetzt hier geht ich bin einfach viel zu selten gesagt hier an dem gewässer deswegen muss ich mich stück für stück rein arbeiten von der schnur her gehe ich vielleicht irgendwann noch ein bisschen feiner ran vom haken wiederum ein bisschen größer von den ködern habe ich einfach gedacht okay ich gehe mal in die all time rekorde rein und wenn man da schaut rekorde hier am donetz und da ist er schon donauhering da sind wir glaube ich hier mit der eintags fliege eintags fliegen larve in kombination oder sogar auch mit borkenkäfer larve in kombi sind wir hier ganz gut bedient die große frage ist einfach jetzt ist die stelle hier richtig oder nicht oder können wir das vielleicht doch mit der borkenkäfer larve diese woche gut kombinieren diese wöchentliche oder diese all time records die sind halt immer ganz interessant um eben einfach mal so einen grundsätzlichen eindruck der köder mal zu bekommen für viele fische bei manchen fischen ist es auch komplett broken weil sie vielleicht irgendwie nur noch ein köder dominiert aber wenn das hier so schön gemischt ist hat man zumindest schon mal grob eine richtung ja ich teste jetzt gerade ich kann das gleich mal zeigen von der von einem map von der location ein ort wo ich schon ein paar mal auf kleine verschiedene heringe und sardinen auch war hier oben an der map vier meter loch auf diesen kleinen anleger noch geht hier vorne haben wir die kirche irgendwo im hintergrund und den händler für die für die stippruten bzw posen und und besonderen haken also das ist alles hier in der nähe und ich hoffe wie gesagt jetzt hier an der stelle ein bisschen ich teste vielleicht noch so rund zehn minuten und dann geht es aber auch gleich noch weiter zu einem nächsten spot ich meine ein fisch macht halt noch lange kein spot wissen wir alle auch mit den tiefen muss man natürlich ein bisschen rum hantieren ich weiß gerade auf 60 cm ich gehe mal auf 90 vielleicht liegt der fisch hier ein bisschen weiter ein bisschen weiter unten wir haben jetzt gerade 16 grad und wenn es vielleicht gleich in richtung 20 grad geht je nachdem ob so warm wird vielleicht einfach noch mal ein bisschen höher wenn es halt sehr kalt ist dann eher ein bisschen weiter unten probieren mit den fischen gerade wenn man mit der pose unterwegs ist kann man das ja schön beeinflussen und wenn es dann wärmer wird gehen wir halt eher hoch an die oberfläche aber es scheint hier doch recht träge zu sein heißt also ich wechsle jetzt gleich einfach noch mal den spot andere möglichkeit ist glaube ich direkt am anleger wo der wo das boot steht mensch da muss ich auch noch gleich probieren also ich gehe einmal links hoch und dann gehen wir gleich noch mal rechts runter wir haben ja noch ein bisschen zeit so dann kommen wir jetzt hier zum ende der map beziehungsweise wenn wir mal m drücken zum anfang sozusagen hier ganz oben auch immer wieder ein klassischer spot wenn ihr hier mit der stippe seid versucht mit einer sehr langen stippe heranzugehen also sieben acht meter damit ihr auch ungefähr da hinten auf diese fasshöhe kommt man sollte nicht zu nah am ufer hier stehen das hat immer nicht so richtig geil funktioniert an der stelle funktioniert ist in der regel auch immer ganz gut auf die kleinen sardinen da kann man das auch immer mal wieder testen und auch hier auch die na wie heißt die seelaube hatte ich hier auch schon und deswegen teste ich hier oben einfach auch mal den herring alter da ballert aber mal was rein ich habe gerade mal ein bisschen weiter nach hinten geworfen habe ich mir gedacht komm alle 200 gramm und zwar da ganz hinten da kommst du mit der stippe natürlich nicht hin denn ich habe mir gedacht ich habe jetzt hier vorne in also auf der tonnenhöhe zwei dreimal durchgezogen auch einmal jetzt näher und jetzt habe ich gesagt komm alles mal ein bisschen weiter raus bevor man sich auf die andere seite da drüben hinstellt vielleicht geht das ja auch von hier aus ist natürlich für die stippe dann nicht mehr möglich aber mit einer bollo oder wie gesagt hier mit der match durchaus eine option und was ich gerade auch noch mal gemacht habe ist die köder kombi zu ändern heißt also ich bin wieder auf köcher fliege mit köcher fliegen larve gar nicht köcher sondern eintags fliege mit eintags fliegen larve so und ja immerhin einer rein gerasselt von der tiefe müssen wir vielleicht gleich wieder variieren bisschen höher gehen wir sind gerade bei 18 grad zack und der nächste okay ich bin sehr gespannt ob das jetzt besser wird 60 cm okay von der größe deutlich nicht besser hauptsache sie ballern aber rein das wäre doch schon mal nicht so schlecht und das ging relativ schnell also ich werfe genau da in diese helle area und zwar in der hellen area quasi in die spiegelung da so in die spiegelung von der zack von erkannte also da soll er landen gerade und augenscheinlich ist er da jetzt müssen wir mal gucken ob wir da nicht vielleicht sogar gleich mal den haken vergrößern ich bin ja noch recht klein unterwegs zwanziger hahn ich bin sehr klein unterwegs mit dem haken und dann gehen wir hier jetzt wenn das doch eine stelle ist und offenbar steht der herring da auf 60 zentimeter dass wir da jetzt eben auf die großen gehen ich brauche gleich noch mal eben um ja ich teste und teste und teste und bisher ist alles er recht durch wachsen und auch mit den größen ganz ganz wild sie werden einfach bisher nicht größer ich bin mittlerweile bei einem 10er haken angekommen von bei einer tiefe von 35 zentimeter wir haben es aber auch schon 25 grad warm gerade das heißt dementsprechend hoch bin ich mittlerweile gegangen und ja die fische sind da sie beißen immer wieder rein die donauheringe aber die größe passt bisher noch nicht deswegen muss ich halt noch ein bisschen variieren ich habe mittlerweile auch das vorfach geändert und die schnur geändert das heißt ich bin mit einer ganz normalen ganz normalen mono schnur hier und bin mit dem ganz dünnen micro braid hier dran ich gehe jetzt noch mal dicker rein wir gehen es hier einfach knallhart auf einen 6er haken wir müssen hier einfach gucken dass wir die trophies triggern ab ein bisschen weiter werfen wenn dann richtig dicke brocken haben wir ja alles nichts davon wenn wir hier die 100 gramm dinge rausziehen und wenn wir die dicken dinge haben wollen müssen was einfach übertreiben die haken haben zwar auch immer wieder so eine gewisse wirkung die viel zu großen aber die haken haben eben auch eine große range was da alles rein geht wer kennt die nicht den kaul barsch auf 4 0 haken da triggert der köder mehr als der haken abschreckt und offensichtlich müssen wir das auf die art jetzt versuchen ich probiere mal ein bisschen weiter alter ist das jetzt der donau alter donauhering immerhin mal ein 248 diesmal wieder hier vorne am fass und ja wie gerade schon gesagt mittlerweile mit einem 6er haken echt groß schon hier dran gegangen aber das ist jetzt der erste der mal über die 150 oder sowas ist schmeckt tja und es wird langsam dunkel beziehungsweise es ist schon dunkel wir haben es jetzt hier mittlerweile fast ja es geht auf die 10 uhr zu viel passiert jetzt hier im dunkeln gerade nicht mehr und ich würde sagen wir gehen gleich noch mal eben verkaufen und schauen ob sich das denn überhaupt auch lohnt wenn man hier so steht wie viel kohle bringt denn dieser hering also schauen wir mal eben rein wir haben hier jede menge kleine fisch ist gefangen viel rumsucherei war es anfangs und ja ich sag mal ab diesem gewicht schmeckt es alles darunter ist tatsächlich viel zu klein aber wie gesagt ich bin auch anfangs mit 20 haken hier unterwegs gewesen da hätte ich deutlich größer reingehen können und jetzt zuletzt hier noch mal ein blick ins setup das war das setup mit dem ich jetzt zuletzt unterwegs war natürlich komplett übertrieben hier mit der monster match aber die chance muss man nutzen plus drei auf die montage und dann hatte ich jetzt zum schluss noch mal das kombiniert sechserhaken eintagsfliege mit borkenkäferlarve hat leider nicht so wirklich gut funktioniert mehr und das kleine micro braid also richtig hart rein ausreichend schnur natürlich drauf gehabt und sehr 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 fein dran gewesen hat leider nicht dafür gereicht das heißt als nächstes test ich es gleich hier am anleger durch das häuschen hier vorne durch und werde dann davon am anleger noch mal testen das allerdings am tag wenn das ganze geholfen hat gerne den kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten videos oder im live stream auf twitch montags mittwochs und freitags immer um 19 uhr